So, Teil 2. Weiter geht's. Wie seh'n du im Office-Komplex. Wie? Da wollen wir nicht hoch. Munition ist ja schmal. Okay. Entschuldigung. Ein Exzellent Team. Vielleicht sollten wir die Subtitle samt. Subtitle links. Okay, von was rede ich? Wir waren da in den 90ern. Da gibt's sicher keine Untertitel. Vergiss das. Ui. Oee. Du bist auch noch so ein Piest. Wollt's mal sehen, was passiert? Komm mal mit. Komm mal mit. Komm mal. Komm her. Komm her. Komm her. Oh dear. Komm her. Wollt's noch mal sagen. So. Fahrsch. Ja okay. Ja, das hoffe ich auch. gut ähm oh ähm ja ähm der hat es nicht überstanden ok, dann gehen wir mal da weiter so, Strom ist aus mal ein grobes Loch da drunter äh das ist auf dieser fiese Stelle, weil ah weil das Ganze unter Strom steht aber eigentlich wie du da drüben musst tun und zwar was wollt ihr denn da drüben tun genau ähm so zack so weg und die die schocken weiter noch war noch Oh, na. Jetzt kommen wir bald wieder. Oh. So, merken. Geduckt bleiben. So, ich weiß nicht, ob mir das jetzt irgendwie geholfen hat. Wir werden aber jetzt trotzdem schnell... Wo ist das Büro mit dem Wasser da? Und schnell aufladen. So. So. Nun. Da war auch was. Und zwar... Jetzt passen wir mal. Hey, das heißt ja, dass da hinten ja eigentlich... Da ist ja auch eine Tür. Oh, die haben ja ganz was sehen. Komm rein. Aber ist nix. Okay. Komm. Na endlich. Jetzt gibt's ein bisschen größere Boomer. Oh. P.T.G. Actually, ja. What is that smell? genau übrigens habe ich heute ein bisschen am setup gefeilt das heißt es dürfte jetzt keinen audio lag mehr geben also gestern habe ich noch dran gefällt wo muss jetzt okay du kommst mit kaum 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 kommt alles Wo ist die Dome? Komm schon. Und zwar mach doch mal die Tür auf. Willst du sein? Hallo. Macht er mir die Tür auf? Okay. Es ist tatsächlich schon... Jetzt habe ich es schon so oft gespielt. Aber ich... Tut mir da noch immer schwer... rauszufinden, was ich eigentlich machen wollte. Da ist nichts. Das, meine Kinder, waren Spiele, wo man probieren hat müssen. Wo es keinen Questmarker oder irgendwas gegeben hat. Kim, 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 Kim. Run like hell, ja. Da wollte man auch nicht rein. So viel zu, let's run like hell. Da bleib einfach untergegen. Habe ich mir da jetzt was verbaut? Hätte ich da rauf sollen? Aber eh nicht, weil... Da waren eh keine Kisten. Na, da waren keine Kisten. Die waren unten. So, denken wir mal nach. Da ist nichts. Wir fragen jetzt eigentlich, warum da ein Ladepunkt ist. Wenn's da eh nicht weitergeht. Der steht immer noch blöd. Das macht denn der? Ja. Ja. Ah. Da war was. Wusste ich's doch. Na. Oh, das ist alles... bisschen... ... 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 Bitte geh mir aus dem Weg. Oh, ja. Einer ist im Malerien. So, wo sind die zwei Kandidaten da? Äh, ja. Wo sind die zwei jetzt? Jawohl. So, noch mal. Ja, I got another one. So, dann gehen wir weiter. Ah, der hat es nicht überstanden. Hm. Also, Barney 1 ist wieder tot. Barney 2 lebt noch. Kommt schon mit. Ach, du hast eine der neuen ATV-suiten. Kommt sie mit? Ich habe gerade gehört, dass die Transmission secure ist. Die Soldaten sind gekommen, und sie kommen für uns zu retten. Natürlich, ich habe mir die Möglichkeit, um sie zu retten zu retten. Fies. Ich meine, aufladen. Okay. Das sind mit Abstand die lästigsten. Ja, hallo. So, der Wiff der Bahn ist das jetzt. Ja, let's go. Wie schon Granaten? Na, da kann ich. So, mal Granaten. So. Ja. Oh. Ja. So. So. Na, wo ist denn der? Ja. Herr Benner soll mir etwas Rückendeckung geben. Und dann ist er nicht da. Da wäre nicht schlechter meine Kämmer gewesen. Da ist ein bisschen Chaos und jetzt wird's. Interessant. Nächster Speicherpunkt. Äh, Loadepunkt. Ah, das ist der Bart vom Spiel, den ich nicht mag. Ich weiß nicht, ich finde Gefrier. Häuser so. Gruselig. Ich bin eine Kärle. Aber ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Ich bin ein bisschen mehr. Oh, das ist der Bart. das ist der part den überhaupt nicht verstehen und zwar warum diese große ups ja das nennt man wie nennt man das blöde ja 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 den parten findet ihr pc klaus noch klaustrophobischer wie den rest wo war es wo muss ja du musst jetzt hoch und lang ja 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 mit einem ane drin kann ok das übersteuert bis übersteuert oder hier schieß mal auf die was sollte gehen so es ist ich hasse diese teile Was ist das? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wash. Oh, what? Interessant. Ja, let's go. Ah ja, ja, du stirbst schon. Kimmt der? Hallo? Ah ja. Ah, hast du gerade auf mich geschossen? Was fällt denn dem ein, da? So. Na, endlich. So. Jetzt. So. Ah, mach ich bei. Ja. Ja. So. 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 Hauen wir es jetzt mit spawnenden Gegnern. Auf das sollte man nicht drauf knallen. Die haben wir davor entschärft. Ich glaube das gibt es hier aus. Okay. 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 Das war jetzt Glück. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018 Jetzt haben wir es aber. So. Oh, da ist auch ein chick. Das wird's. Ah, bisschen fies, eigentlich wollte ich nicht den treffen. Das ist der Bösewicht. Komm nicht umbringen. So, ist das jetzt ein Bug, oder? Ja. So, hängen geblieben. Ich glaube, da ist ja groß, gell? Tak, tak, ja. Da waren wir noch. Da waren wir noch. Ähm, Freundchen. Eigentlich bringt's gar nichts, wenn man die mitnimmt, aber es ist ein ... Ja, okay. Die Bahnen sind relativ hilfreich hin und wieder und die Wissenschaftler sind ein gutes Ziel, damit man nicht selber die richtigen will. Ja. 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 Und dann wieder mal aufloggen. Und dann wieder mal aufloggen. Die lassen wir dabei noch hängen. Und dann wieder mal aufloggen. Ich bin da zu schnell. Das ist echt lächtig. Und dann wieder mal aufloggen. 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 Das kann jetzt egal sein. Und dann wieder mal aufloggen. 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 Okay. Jetzt spielen wir den Teil noch. Dann haben wir wieder die 45 Minuten voll. hier. Und da vorne kommt jetzt was. Ja. Genau das passiert jetzt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr wo die da. Ah. Letzte granate. So. Ah. Ohje. hier. Es war nichts anderes zu schlafen. ис prereweise oder is download. Das war jetzt schon ein bisserl amateurhaft. Aber ich glaube, jetzt musst du da vorne... Stimmt, so. Und da wollen wir jetzt gar nicht mal runter, weil... Warum eigentlich nicht? Ah, da können wir wieder zurück zu dem Punkt, wo wir vorhin waren, glaube ich. Komm mal hoch. So. Und damit lassen wir es für heute. So. 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 So.